Und wir schauen uns das mal an, ob wir das lösen können, ob wir so clever sind. So, wir lesen das erstmal ein bisschen durch, was hier drauf steht. Sind sie die Nephilim, die er mir offenbart? Weisen ihnen diese Steine den Weg? Ich bete, dass du mich leitest, oh Herr. Amen. Können wir Ihnen von Glueneferta. So, also wir müssen dieses Symbol hier, ich hab's jetzt nochmal wiederholt, ähm, das ist ein komisches Symbol. Mal gucken, ob wir das hier zusammen kriegen. Diese leuchtenden Schriften sind göttliche Zeichen dessen, der zu mir spricht. Ich glaube, wir müssen hier wieder was aufschieben. Aita, Juno, Minerva. Amen, komm mir in den Sinn. Sind sie die Nephilim, die er mir offenbart ist? Oh, war das Mann hier? Wurde es dann Steinrieser? Ziemlich einfach gewesen.